Wohin man schaut, überall fallen die Kurse. Was liegt da näher, als an fallenden Kursen Geld zu verdienen? Deswegen mein Video heute zum Thema, wie mache ich den Leerverkauf, wie shorte ich Aktien. Ich zeige euch mein Depot und wie das Ganze funktioniert. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran und viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Moneyboxer. Mein Name ist Lennart und ich berichte hier regelmäßig über die Aktien, die ich in meinen investierbaren Wikifolios halte oder in meinem Depot und gebe Updates zu der unternehmerischen Entwicklung von diesen Potensionen. Heute soll es allerdings darum gehen, wie man Aktien oder wie ich im speziellen Aktien leer verkaufe. Ich habe in der Vergangenheit bereits die ersten Erfahrungen gesammelt, habe zum Beispiel CFD, also Contracts for Difference Handel betrieben, war damit aber zugegebenermaßen nicht erfolgreich und tatsächlich ist ja die Mehrheit derer, die CFD nutzen, damit nicht erfolgreich. Das ist, glaube ich, wirklich nur etwas für Semi- oder ganz professionelle Anleger, die quasi nichts anderes tun, als CFD-Handel zu betreiben. Wie kann man also noch mit einigermaßen überschaubarem Risiko, also Aktien, shorten? Zum einen gibt es die Möglichkeit, Zertifikate zu kaufen, also ein Put- oder Short-Zertifikat. Da hat man allerdings den Nachteil, dass es immer einen gewissen Aufschlag und relativ hohen Spread gibt und über die Zeit der Preis fällt, das heißt, auch wenn eigentlich der Kurs gar nicht sich in die entgegengesetzte Richtung entwickelt, ist der Preis des Zertifikats trotzdem negativ für einen. Das heißt, man muss hier schon deutlich Glück haben, dass der Kurs in die richtige Richtung läuft. Also auch das ist eher was für fortschrittlichere Anleger. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Aktien leer zu verkaufen. Viele sprechen ja regelmäßig darüber, wie die Short, also die Leerverkaufsquoten von Aktien sind. Und diese Leerverkäufe kann eben nicht nur ein professioneller Anleger, also ein institutioneller oder ein Vormachen, sondern auch du und ich als Privatanleger können das Ganze tun. Und da habe ich mich zuletzt mal informiert, denn normalerweise bin ich wirklich ein reiner Long-Only-Anleger. Aber in der aktuellen Marktphase ist es einfach gut, wenn man auch die Möglichkeit hat, Aktien zu shorten. Und ich wollte eben nicht mehr nur über Zertifikate das Ganze machen, sondern jetzt auch mal wirklich leer verkaufen. Dafür bietet sich ein Broker an, Interactive Brokers. Da habe ich mir dann kürzlich ein Konto gemacht. An dieser Stelle ein diesmal etwas anderer Risikohinweis. Wichtig ist nämlich, wenn ihr das Ganze auch machen wollt, dass ihr euch bewusster darüber seid, dass dies mit erheblichen Risiken verbunden ist. Ich glaube, das wichtigste Risiko, was man beim Leerverkauf auf dem Schirm haben muss, ist, dass der Verlust eben höher als 100% sein kann. Wenn man Long geht in der Aktie, also auf steigende Kurse setzt, kann der sich verzweifachen, verdreifachen und so weiter. Das heißt, das ist sehr positiv und nach unten kannst du nur 100% verlieren. Denn tiefer als 0 kann die Aktie nicht fallen bei einer Long-Positionierung. Wenn du allerdings short gehst, also auf fallende Kurse setzt, kann der Kurs ja trotzdem durch die Decke gehen, also nach oben. Und das bedeutet für dich dann Nachschuss bzw. einen sogenannten Margin Call, aber dazu gleich mehr. Das heißt, ganz wichtig an dieser Stelle, dieses Risiko sollte dir unbedingt bewusst sein und es ist noch wichtiger als beim sonstigen Handel oder bei Investments, dass man sich einen klaren Plan macht. Wie sagt man so schön, plane deinen Trade und trade deinen Plan. Wenn man so eine Leerverkaufsposition aufmacht, dann muss man einen Plan dabei haben, wann man diese wieder schließt. Idealerweise eben in beiden Richtungen, also wenn es für dich, aber auch wenn es gegen dich läuft. Und dieses, wenn es gegen dich läuft, ist in dem Zuge eben viel wichtiger, sich vorher überlegt zu haben. Also macht euch da einen Plan und schreibt euch direkt hinter die Ohren oder als Limit direkt ins System, wann ihr die Position wieder schließt. Nachdem meine Erfahrungen also über CFDs eher negativ und nicht von Erfolg geprägt waren, habe ich die letzten Jahre eher über Zertifikate diese Short-Positionen gehandelt. Und nun habe ich mir ein Konto bei Interactive Brokers gemacht. Interactive Brokers gilt so als der, ich sag mal Expertenbroker, der, der sich eher an fortgeschrittene Investoren oder Anleger richte. Dieser Broker ist grundsätzlich erstmal sehr gut, das heißt nicht nur für den Leerverkauf, aber er hat eben die Besonderheit im Vergleich zu den sonst üblichen gängigen Brokern in Deutschland, dass er die Leerverkaufsmöglichkeit eben auch anbietet. Und deswegen habe ich mir dort ein Konto eröffnet. Wenn ihr das auch machen wollt, dann könnt ihr gerne meinen Einladungslink nutzen, den ich unten in den ersten Kommentar unter dem Video versehen werde. Da habt ihr auch die Chance auf einen Aktiengewinn. Ich blende das mal hier ein und ich bekomme eine kleine Provision, da würde ich mich sehr drüber freuen. Damit unterstützt ihr dann mich und meinen Kanal. Wichtig bei der Anlage eures Accounts auf Interactive Brokers sind zum einen, dass ihr euren Ausweis, also ein Ausweisdokument parat habt. Das Ganze dauert nur ein paar wenige Minuten. Ihr macht Fotos von dem Ausweis und ein Foto von euch selbst. Das wird abgeglichen und dann geht die Verifizierung super schnell. Das heißt in ein paar Minuten könntet ihr bereits loslegen, wenn ihr dann eben noch Geld auf das Konto überwiesen habt. Das andere, was wichtig ist, ihr könnt auswählen, ob ihr ein Cash-Konto oder ein Margin-Konto eröffnen wollt. Hier ist es wichtig, wenn ihr leer verkaufen wollt, müsst ihr ein Margin-Konto eröffnen. Das bedeutet eben dann, dass ihr sogar ein Stück weit mehr handeln könnt als die reine Liquidität, die ihr auf dem Konto habt. Bedeutet aber eben auch, dass ihr hier ein gewisses Risiko habt und da müsst ihr euch eben drüber eben klar sein. Die meisten von euch haben wahrscheinlich von dem sogenannten Margin-Call schon mal gehört. Sprich, der Broker informiert dich dann, dass deine Position so weit im Minus ist, dass du sie jetzt schließen musst. Und ansonsten macht das der Broker für dich, was natürlich dann auch nochmal mit Gebühren verbunden ist und du hast keine Handhabe darüber, welche Position jetzt geschlossen wird. Also auch hier nochmal der Hinweis, seid euch bewusst, was ihr da tut. Aber ich finde, Learning by Doing, wenn man die Dinge nicht mal ausprobiert, kann man auch nicht darüber reden. Deswegen wollte ich jetzt eben auch selbst mal mich an den Leerverkauf ranwagen, habe dieses Konto eröffnet und zeige euch jetzt mal diese Oberfläche. Es gibt im Prinzip zwei unterschiedliche Oberflächen. Einmal hier diese Web-Oberfläche, die ihr jetzt hier seht. So, hier die Anmeldeseite. Man loggt sich an und zwei Faktor Authentifizierung. Über die App bestätige ich dann, wer ich bin und melde mich somit an. Hier seht ihr jetzt den Eingangsbildschirm, der Online-Variante. Ihr seht, ich bin noch nicht lange angemeldet, erst seit Oktober 2022. In meinem Portfolio habe ich 9000 Euro überwiesen, um das Ganze mal zu probieren. Ihr seht, im Prinzip bin ich jetzt mit einem kleinen Plus dabei, hatte auch schon mal ein etwas größeres Minus zwischenzeitlich. Da gehe ich dann gleich noch drauf ein. Wichtig ist hier noch die Portfolio-Übersicht. Hier seht ihr also dann die Position, die ich gerade short bin. Hier zum Beispiel Delivery Hero. Hier die Anzahl der Aktien, die ich short bin. Und im Prinzip ist es wie bei jedem anderen Broker einfach umgekehrt. Sprich, die Position hier ist jetzt rot und im Minus, weil ich die Aktien ja leer verkauft habe. Sprich, ich habe sie erst verkauft und kaufe sie dann in Zukunft zurück. Deswegen hat man jetzt hier einen negativen Bestand. Hier die Veränderung der Position. Die Position ist ins Plus gelaufen. Da ich aber short bin, heißt das für mich, heute ist diese Position für mich im Minus. Insgesamt ist diese Position ebenfalls im Minus. Während zum Beispiel hier bei Lilium die Position insgesamt im Plus ist. Also alles in allem ziemlich, wie man es bei jedem anderen Broker kennt. Einfach nur mit dem Unterschied, dass das hier umgedreht ist. Hier oben macht man über die Symbolsuche. Dann sucht man sich den jeweiligen Titel und kann dann eben sein Trade machen. Jetzt schauen wir uns nochmal die etwas schönere Software an. Ich melde mich hier also mal wieder ab. Hier jetzt die sogenannte Traders Workstation. Man lädt sich also eine EXE-File runter, installiert sich das Programm und dann hat man hier diese Übersicht. Da sieht man auch schon, das sieht direkt ein bisschen mehr an Experten ausgerichtet aus. Was ganz cool ist, ihr habt hier auch einen Chart. Das heißt, ihr könnt euch hier anklicken, ob ihr im Sekunden-, Minuten-, Wochen-, Stundenstart oder whatever euch den Kursverlauf angucken wollt. Und hier seht ihr dann das Portfolio. Ihr könnt euch auch Favoriten erzeugen. Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Hier sind also die Standardeinstellungen mit Meta, Apple, Amazon und so weiter gerade noch drin. Und ihr seht euer Portfolio. Was dabei ganz wichtig ist, sind die Gebühren, die anfallen beim Leerverkauf. Ihr seht hier einmal die Position, wieder alle rot, also negative Position. Ich habe die Position also verkauft, bin also ein Leerverkäufer und habe mir jetzt hier einblenden lassen, was der jeweilige Leihgebührsatz ist. Und ihr seht schon, die sind extrem unterschiedlich. Der günstigste Leihgebührsatz hier ist Delivery Hero mit 0,6%. Das heißt, 0,6% auf die Position pro Jahr zahle ich an Leihgebühr. Das sollte man natürlich also unbedingt mit einkalkulieren und sich immer anzeigen lassen bei dem jeweiligen Wert. Da sieht man auch als krasses Beispiel Unipar, der ja eines der Werte ist, die in aller Munde sind, weil der Staat dieses Unternehmen mehr oder weniger bereits verstaatlicht und demnächst fast 100% am Unternehmen halten wird. Hier ist der Leihgebührsatz 41%. Das ist also enorm. Derzeit gibt es ja auch keine weiteren Aktien mehr, die man leer verkaufen kann. Hier muss man also sehr stark davon überzeugt sein, dass insgesamt die Position auch ins Negative läuft. Ansonsten lohnt es sich einfach nicht, hier diesen Leerverkauf zu machen. Auch bei Lilium ist man mit 20% Leihverkaufs-Leihgebühr schon ziemlich ordentlich dabei. Das Interessante dabei, wenn man diesen Broker nutzt, ist natürlich auch der umgedrehte Fall. Sprich, wenn ihr Unipar oder Lilium-Aktien haltet, weil ihr davon überzeugt seid, dass das genau der richtige Wert ist, dann könnt ihr eure Aktien auch zur Verleihe freigeben und ihr bekommt einen Teil von diesem Leihgebührsatz. Also das kann sozusagen eine Art zusätzliche Einnahme oder Gebührensenkung bei diesem Broker für euch darstellen, wenn ihr so etwas machen wollt. Ansonsten habe ich hier eingeblendet, was die Positionsveränderung am heutigen Tag ist und der unrealisierte Gewinn oder Verlust. Der steht hier dann auch noch dabei und der Durchschnittseinstandskurs und der letzte Kurs. Das sind so für mich die relevantesten Informationen. Ich hatte eingangs erwähnt, dass ich mit diesem Short-Test-Portfolio ja schon mal ordentlich im Minus war. Und der Grund sieht man hier. Ich habe jetzt hier Unipar ausgewählt und hier sieht man jetzt den Tageschart. Also eine Kerze, ein Tag kann man hier oben, wie erwähnt, immer schön auswählen. Und ich bin im Oktober ja Short gegangen und jetzt seht ihr hier, es gab diesen Dip nach oben. Unipar ist bis auf fast 9 Euro hochgeschossen. Es kam also zu so einem Short-Squeeze. Das heißt, wir haben hier eine extrem leer verkaufte Aktie. Dann kann es natürlich passieren, dass der Kurs plötzlich durch die Decke schießt. Weil wenn die ersten Kursanstiege da sind und viele Short sind, müssen sie irgendwann ihre Aktien zurückkaufen. Und wenn dann diese Margin Calls ausgelöst werden, dann muss der nächste zurückkaufen. Und so wird der Kurs eben plötzlich nach oben getrieben. Das ist ein Risiko, dem man sich eben bewusst sein muss, gerade bei den Aktien, die stark leer verkauft sind. Jetzt sieht man aber auch, nach diesem großen Dip nach oben sind wir jetzt oder bin ich schon wieder 281 Euro im Plus. Aber ich muss natürlich auch eine ordentliche Rendite erwirtschaften, weil ich diese hohen Leihgebühren noch zahlen muss. Dann ein letzter Punkt noch, die Gebühren. Das kann man alles auf der Seite nachschauen. Wenn man jetzt hier einmal sieht, Minimum per Order ist man so im Bereich 3 Euro für eine Order. Natürlich je nachdem, wie ihr sie ausführt. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass es ein relativ günstiger, aber sicherlich nicht der günstigste Broker ist. Also ich benutze so als Hauptbroker den Smart Broker. Auch da ein Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung. Der ist zwar nicht besonders modern, aber der hat meines Erachtens die beste Preis-Leistungsquote. Beziehungsweise einfach sehr günstige Preise und viele Handelsplätze. Das ist mir am wichtigsten. Aber da kann man eben nicht leer verkaufen und dafür jetzt wirklich für mich hier Interactive Brokers. So sieht also die Plattform aus. Vielleicht noch kurz zu den Positionen, die ich hier leer verkauft habe. Zum einen, Lilium ist noch ein relativ junges Unternehmen, das im Prinzip aus Deutschland kommt, aber an der Nasdaq per Speck gelistet ist. Da geht es um Flugtaxis, die senkrecht starten. Frank Thelen war da ursprünglich mal investiert. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch dabei ist. Der Start der Flotte sollte 20 oder soll 2025 erfolgen. Sprich, es gibt noch keinen Umsatz. Es ist noch komplett in den Sternen. Ob es überhaupt jemals Umsatz geben wird, ich zweifle das ganz stark an. Und genau diese Unternehmen werden, glaube ich, jetzt gerade stark oder im nächsten Jahr stark leiden. Die unprofitablen Unternehmen, die einfach noch einen hohen Kapitalbedarf haben. Und da zähle ich Lilium eben auch dazu. Dann als nächstes habe ich Delivery Hero. Kennen die meisten wahrscheinlich. Für mich war eines der Punkte, warum Delivery Hero auch ein Short-Kandidat ist, dass kürzlich Gorillas von Getty übernommen wurde. Und die Bewertung dort war ja nur noch ein Bruchteil von dem, wo sie mal stand. Man sieht also, dass das Sentiment für diese Art Geschäftsmodelle zur Zeit sehr negativ ist. Ich glaube nicht, dass sich das so schnell wieder drehen wird. Was mich hier ein bisschen stutzig macht, ist, dass mehrere Analysten Häuser Delivery Hero auf Kaufen haben, mit einem relativ hohen Kursziel. Das heißt, auch hier muss man natürlich vorsichtig sein, wie lange man eine Position dann vielleicht gegen sich laufen lässt. Aber ich zweifle erstmal an, dass Delivery Hero hier im nächsten Jahr eine positive Kursperformance haben kann. Dann habe ich als nächste Short-Position Unipar. Den kennen wahrscheinlich die meisten Gasversorger aus Deutschland, der jetzt wieder gerettet werden muss. Im Prinzip wird es ja fast vollkommen vom Staat gehalten. Die bestehenden Aktionären werden nochmal gewaltig verwässert. Der Bund kann für 1,70 Euro die Aktie, die nächste Kapitalerhöhung zeichnen. Und die tatsächliche Aktie steht jetzt noch bei um die 3 Euro meines Erachtens extrem überbewertet. Und der Fortbestand des Unternehmens hängt komplett am Start. Da werden die Aktionäre nicht die Gewinner sein. Deswegen hier meine Short-Position. Und die letzte Short-Position ist dann SMA Solar. Die haben gestern ein neues Jahreshoch gemacht. Hier muss man stark aufpassen, denn an einem Hoch besteht natürlich die Gefahr, dass hier Momentum entsteht und der Kurs weiterläuft. Ich halte allerdings die Kurs-Rallye langsam mal für übermäßig korrekturfällig. Mal schauen, ob das gut ausgeht. Hier werde ich die Position noch nur wenige Prozent gegen mich laufen lassen. Dann würde ich sie wieder schließen. Ich bin aber optimistisch, dass SMA erstmal reif für eine Korrektur ist. An dieser Stelle schreibt mir dann gerne mal unten in die Kommentare, welche Werte ihr noch als die Top-Shorts für die nächsten Wochen oder Monate anseht. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Denn vielleicht ist das auch nochmal eine gute Inspiration für weitere Positionen. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen zu Interactive Brokers habt, schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Wenn da ein paar Fragen zusammenkommen und Interesse besteht, dass ich hier oder da mehr in die Details gehe, dann mache ich nochmal ein erweitertes Video zu diesem Thema. Ansonsten bedanke ich mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lass mir gerne ein Like für dieses Video da und abonniere den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Und du kannst auch gerne das Glöckchen aktivieren. Denn dann wärst du direkt informiert, wenn das nächste Video online ist. Ansonsten wünsche ich dir schöne Feiertage. Mach's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.